wird es jetzt gefährlich jetzt der schuss sie liegen vorne und das natürlich absolut verdient ja, muss man nur auf den Spielverlauf gucken, das passt sie sind hier das bessere Team, da ist das Tor kein Wunder ja, sie machen das gut, haben sich einige Chancen herausspielen können und hier hat es jetzt mit dem Treffer geklappt das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen danke an die Regie dafür er kann bislang wirklich zufrieden sein mit dieser Partie der Führungstreffer, da ist er und jetzt sieht es natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft